Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Toy Story. Ja, mal schauen, ob wir die Progresse anstellen. Ah, nein, natürlich nicht. Aber solange jemand keine Energie verlieren kann, ist alles in Ordnung. So. 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 Ah, da wirst du sogar gar nicht mehr sehen. Du bist auch von alleine. Okay, was für eine? Ja... Ja, du musst ja endlich mal aufpassen. Angst? Ich hab Angst. Boah, du... Ja... Irgendwie geht der ganze Automat kaputt. Mal schauen, ob sich das nur... Oh... 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 Okay... Yay... War was mich freut in diesem Spiel. Okay, das ist... Das ist kein Problem. Kann hier nichts von Warten. Ja, dann hau ich lieber wieder ab. Und... Und... Na ja, warte. Da ist nix. Ja, ja... Ja, ja... Oh, nicht so wieder die Sildes... Was auch immer. Wow... Jetzt hab ich sie jetzt gar nicht gecheckt. Ja, komm... Ähm... Ja, komm, ey... Ehrlich. Oh Gott, ich berecke jetzt. Bitte zwischensweicher. Ah... Ja... Oh... Aaaaah... Oh! Oh... Oh! Oh... Oh! Oh... Oh... Ich möchte jetzt echt nicht mehr sterben. Ich bitte, dass das Level bald vorbei sei. Wie geht der so spät kaputt? Schaff ich niemals. Nee, schaff ich nicht. Niemals. Jetzt kann er hochgehen. Oh ne, nur noch schneller. Zack, 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 zack. Ja, 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 ist okay. Oh Mann ey. Das Kilogramm ist das Avatar im Moment. Mal kurz was checken. Blau zwar jetzt wieder ein bisschen. Video war kaputt. Aber ich möchte wissen, ob das Ding wieder da ist. Ich vermute. Doch. Ja dann habe ich ja Spaß daran. Aber die Propeller. Da sind wieder diese komischen. Hey, wie soll man das denn schaffen dann nicht? Hey, ganz ehrlich. Ich leck mich. Egal. Ich kann Leben bekommen an der Stelle. Nee, heils mich nicht. Immer noch. Oh, nervig. Also jetzt auch. Aber ich trau mich so eine Zeit sonst nicht. Oh Gott, ich hasse diese. So. Einmal. Der Schnelle. Zack, 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 zack. Wow. Und das gleiche nochmal. Ja. Au. Fuck, ey. Ganz ehrlich. Ja, danke für den Hut. Oh, ein Besucher von der Außenwelt. Wenn du uns hilfst, unsere Freunde in einem Greifautomaten zu retten, dann nehmen wir dich mit und zeigen dir die Kralle. Die Kralle. Automatenlabyrinth. Rette alle grünen Männchen, die im Greifautomaten gefangen sind. Tipp, je schneller du sie Spielstufe schaffst, desto mehr Sterne hältst du am Ende. Toll, was bin mir die scheiße verkackten Sterne? Ey, ich speichere schon mal. Oh Gott, ist das eine miese Grafik. Ich hoffe mal, hier sind keine komische Türen eingebaut, die sich niemand... Boah, ist das eine scheiß Arsch. Entschuldigung, Steuerung. Da ist einer. Hallo. Hallo. Hä? Ähm. Hallo. Wo müssen die denn hin? Verdammt. Ich muss die wieder anfangen bringen, oder was? Hallo. Hä? Ah, da rein. Ah. Ah. Ja, ich hab die ja schon irgendwie fast alle gefunden. Hallo. Ja, komm. So, und so, und so, und der Schwenker ist echt beschissen. Und ich hab schon extrem viel Zeit verloren. Egal. So, da ging es noch weiter. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Oh, wieso... Wieso ist das die ganze Zeit so am Flimmern? Ja, hier geht's auch nicht weiter. Merken. Oh Gott, das wird richtig scheiße klappen. Kannst du das überhaupt noch schaffen. Vor allem, weil der immer an so komischen Ecken hängen bleibt, die man einfach nicht sieht. Nee, das schaffte die zweite Stunde. Oh mein Gott. 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 So, da ging es nicht. Da ging es nicht. Äh. Wo ging es? Da geht es irgend so anders lang. Da muss ja irgendwo anders sein. Mal vergewissern, ob hier nichts ist. Hallo. Pau. Bin ich gerade ehrlich, dafür habe ich keine Lust, den Leben zu verlieren. So. Ich wollte eigentlich ohne Save-Said spielen, aber das finde ich schwachsack. Hier, bei dem leider nicht. Dafür ein Leben zu verlieren. Oh, diese unsichtbaren Wände. Ey, der bleibt immer an so einer Wand hängen. Dummer Woody. Naja gut, wenn ich den hier abgeliefert habe, muss ich sowieso den Bart wenden. Weil wir dafür keine Zeit mehr haben. Deswegen, ganz kurze Verabschiedung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschau.